Wir in Schleswig-Holstein haben jetzt den Ruf aufgegriffen von Stuttgart 21, haben ein breites Bündnis geschlossen und haben dort eine Bundesratsinitiative letzte Woche gestartet. Das heißt, die Schleswig-Holsteiner sollen das erste Mal das Recht bekommen, per Volksentscheid über die Einführung bundesweiter Volksentscheide zu entscheiden. Diese Möglichkeit einer Bundesratsinitiative per Volksentscheid gibt es leider nur in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein und wir haben uns jetzt entschieden, diese Initiative von Schleswig-Holstein aufzustarten. Aber glauben Sie nicht, dass das nur in Schleswig-Holstein bleibt, denn wir wissen jetzt schon, dass diese Bundesratsinitiative in Zukunft von weiteren Regierungen in Deutschland unterstützt werden wird, sodass tatsächlich dann vielleicht ein Gesetz zu einfachen bundesweiter Volksentscheide verabschiedet wird.